Ubisoft scheint heute Anmelderprobleme zu haben oder Verbindungsprobleme, es kam Mitte der Verbindungsfehler, aber allgemein war heute auch die Anbindung zu Uplay bisher nicht so einfach. Und mal gucken, ob das heute gut geht, aber erst einmal hallo daseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Niemand geht raus, niemand, sonst gibt es einen Verbindungsfehler. Du schreist nicht doch noch wieder. Weshalb das einen Unterschied ausmachen würde? Ja, wo du es nicht erwähnt hast, hat es funktioniert, zumindest die meiste Zeit. Aber auch noch, weil es geheift vorkam. Die Bomben schützen. Die Platten weitergeben, das heißt anzieh, willkommen. Oh oh, nur noch zehn Sekunden. Oh oh, nur noch zehn Sekunden. Es bleiben fünf Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe zu garantiert, macht euch angriffsbereit. Nächster Kontaktkanal auf den Boden gefangen. Denkt dran Leute, effizient sind kluge Faulheit. Oh Gott, das ist schön. Oh Gott, das ist schön. Gewesen. Die haben auch so vier. Ach Mist, das Ding war nur so. Oh, kommt vom Treffel. Seht sich noch jemand am Klavier? Hab einen. Einer seht sich noch an der Außenwand. Klavier. Schau. Stefan. Bein. Oh Gott. Oh Gott. Bein. Oh Gott, das ist klar. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja nicht so. Oh Gott. irgendein dmr ist das noch schmerz war klopft gerade der holz auf das bis nicht mein fenster wird aufgeschlagen gelbe ping einer große tür einer am ping müssen beide hier auf der seite sein naja auf jeden fall einerseits nicht der andere steht draußen da reingeschmissen jetzt schmeißt du gleich was och das ding ist unten in die ritze gefallen war schon fast weg und verletzt mich noch super habt ihr die kamera kommt rein ich mache es mir gemütlich solange auch schon nur noch ein gegner übrig die gegner haben schon gar drei neue nein glück dass die hier reingekommen sind die bomben schützen die gegner haben eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend planen 10 sekunden noch die gegner haben eine bombe lokalisiert tür verbarrikadiert der weg brennt auf garagentor balkon balkon so was von von wo bis auge schon kaputt da ist noch neben dir hocker nein schöne nahe für den westmann kein westmann mehr was für ein lutscher der weg brennt weiter auf die gegner haben eine bombe lokalisiert wobei die trockst du den der 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 Drinnen habe ich. Ich habe mich verletzt da außen. Ja, das sieht man. Ist schon einer drinnen am Auto im gelben Ping? Ja, Maverick. Ich habe ihn nicht erwischt. Mein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Doch, ich habe ihn erwischt. Mann! Ist doch erstmal egal. Mission gescheitert. Wie man wieder unter die Karte guckt. Nichts, Entschlafen. Was messy hat ihn endet, Ihr müsst eure Drohne verwenden. Meine Drohne fällt unter die Karte, was ist das denn? Super. Meine Drohne fällt aber, die sitzt ganz weit unter der Karte. Bei mir bist du auf einer Stelle. Also ich werde nichts mehr entdecken. Ich kann ja mal probieren. Nein, kein Feind. Die Drohne ist noch nicht kaputt, jetzt verschwindet die Karte oben. Also die Karte ist jetzt verschwunden, ich sehe noch alles in Grau. Der Himmel ist noch da. Ich kann jetzt zugucken, hier die Zeit und das Panzer. Und gelang zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausdauern. Wie kann ich die einsammeln? Ups, das war die nächste. Naja, so meine, die fällt immer noch. Achtung, Fenster oben sind offen. Das Holz da baumelt. Was? Hm, nach da oben sind sie. Ach komm. Ich wurde entdeckt, die haben Kamerafrau hier. Oh Gott. Ich wollte einen Entschärfer. Ja, der liegt auf dem Balkon. Vorsicht, da habe ich ein Fenster angeschlagen. Welches denn? Richtung Automat oder Richtung Garage? Welches denn? Auf dem Balkon. Ja, welches denn? Richtung Automat oder Garage? Weil ich muss mich entscheiden, bevor ich runterseile. Die Fahne hängt im Weg. Beim Haupteingang, äh, quer, äh, so, schräg rüber. Ich glaube, über der Garage müsste es sein. Okay, ich habe die richtige Seite gewählt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ich glaube, Spritzmann habe ich. Ja. Ich glaube, Jäger war. Oh, die Drohne bleibt hier. Schön. Da sind Löcher verdächtig unten. Wusste ich es doch. Was ist das denn? Hä? Seit wann kann man hier das Ring nicht mehr ranschießen? Platzieren Traces per Mulatto. Ich bin schärf mal. Dann wendet das Treppenhaus hier hinten. Wendet hier unten rum. Okay. Nein, komm, Mann! Der ist hinter dir. Warum? Position. Nein, verbleibender Operator von der eigenen Gruppe. Ich hasse es einfach. Warum, Mann? Die Kamera geht bei mir schon wieder unter die Karte. Kann doch nicht sein, ey. Maybe. Nein, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Schon wieder Bombe. Schon wieder Bombe. Dieser Bug, was für ein Tänzer. Hier müsst ihr eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Oben ist sauber. Okay, schon mal ein Weniger. Ja, Uppala. In der Küche war jetzt aber auch nix, dann sind sie ja im Keller, oder? Nein. Ja, wo sie markiert sind. Aber in der Küche war grad nix. Ich hab mich zu sehr auf Bandit konzentriert. Neben der Küche. Also eine Küche und der andere den großen... Ja. 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 Ich hab das auch sauber. Bock ist tot. Bandit hab ich. Die Wand oben im Turm war nur aus Pappe, nicht verstärkt, aber sie war zu. Ein Gegner verbleibt. Fangen wir da dronne vor? Base? In einem Raum. Geradezu, ne? Der Raum, die würde schon wieder woanders sein. Okay, dann entschärft bitte, die ist weit weg. Ich guck Eingang des Türen ab. Entschärft einfach. Ich hab ja den entschärfen, Entschuldigung. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Du musst auch links ne Türen gehen. Ja, die hab ich im Blick. Ich hab beide Türen im Blick. Die könnte noch Küche entlang kommen. Guck da hin, sie auch nur. Einfach da hin. Ich steh aber nicht beide auf der Bühne jetzt hintereinander, oder? Weiß nicht, ich guck halt. Guck auf die Tür, Seraphine. Guck auf die Tür. Kommt da an. Bei Seraphine. Gut. Na ja, oder auch nicht. War zu spät. Ja, trotzdem kam sie da. Nächstes Mal setzt sie Claymore hin. Hätte ich nämlich auch machen können. Ich würde eine Spittergranate empfehlen. Hab ich aber keine. Hm. Vielleicht so ein paar ausgeweidete Spittergranaten. Da tritt sie dann drauf und rollt aus. Ja. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe auf sie zu spüren. Küche. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja. Änder haben sie. Küche und den kleineren Nebenraum in Richtung tun. Ja, der Oryx. Mann. Noch 10 Sekunden. Das verstanden. Keine Ahnung, bloß ins Raum sein. Der kleine Raum nach neben. Das ist aber größer als die Küche. Das ist aber größer als die Küche. Achtung, rausrennen. Ich kleide den Schaum wieder ab. Turm oben sauber Ich guck gleich Erdgeschoss Papa oben ist auch wieder zu Erdgeschoss jetzt sauber Erdgeschoss jetzt sauber Turm Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz Vielleicht auch einmal Erdgeschoss Einer vom eigenen Trupp verbleibt Boah Kommt er nochmal her Entschärfer wurde zurückgeholt Einer von oben Schrauben Guck Eigener Druck getötet. Böhm. Die Bomben schützen. Ich mach die Luke für seinen Angesraum zu. Wand gesichert! Zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Die Gegner müssen noch eine Woche bequenzieren. Neuer Kontakt fahren hat? Ne. Ne. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Jetzt können Sie kommen. Ich guck beim großen Turm, da ist jemand gestorben. Interhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Er hat aufgemacht. Vorsicht, du wirst verfolgt. Jakar hat mich verfolgt. Du bist aufgeflogen. Ja, ich muss bis bis hin wechseln. Die Jakar hat mich markiert. Am Turm kommt jetzt zur Vier an. Der Haupteingang, okay. Zugangssperre ausbelöst. Allein die scheiße. Turm ist jetzt Jakar. Die Gegner haben eine Bombe. Achtung! Ach doch, was... Ach. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Tja. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bomben schützen! Mein Böses Auge passt auf euch auf! Mein Böses Auge ist bereit! Eingang präpariert! Nicht in den Explosionsradius kommen! Zehn Sekunden! Fünf Sekunden noch! Zugangssperre scharf gemacht! Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entscharfen wollen! Äh, Schamser? Hm, was haben wir uns? Kann ich nicht genau sagen Auf jeden Fall im Erdgeschoss ist jemand Ja Ohne zu Serafina? Ich seh nix mehr Mann! Komm hinten an! Und zwei Einer kommt rechts Tür, Serafina, rechts Tür, Serafina Rechts Tür Rechts Tür Die Tür hab ich rechts im Blick Fenster, großes Fenster hat mich Hammermann Hammermann Turm, Serafina, EMP-Mann Die Gegner hab meine Bombe lokalisiert Ihr wisst, was du zuerst Eigener Trupp eliminiert Mission gescheitert Oh, ist das Bett durch Genau Ich wusste eh, wo du bist Okay, das war also Kapitao Ich wollte schon sagen Das war doch seine Armbrust, oder? Aber ich hab aufgrund des Outfits Dann doch ganz schön gezögert Und hab ich lieber nix gesagt Weil ich mir nicht ganz sicher war Aber es war Kapitao Der da unten Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschüss